Meine Damen und Herren, ab zur nächsten Folge, heute ist wieder Freitag, heute wollen wir wieder ran, 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 ran. Achso, warte, Kamera lassen wir an. Ja, Kamera lassen wir an, genau. So, warte, wo war das? Da lang. 16 Meter, hä? Waren wir doch schon. Genau, geben wir hier mal leer, geben wir was zu Halko. Oh, das ist cool. Äh, ja. Ja, bestimmt. Warum guckt der mich nicht an, warum guckt der ständig vorbei? I doubt he would get rid of the boat. Get going. Take some equipment from our store room. It will help you get that motherfucker, Afran. Jawoll. Afrans boys shoot the hell out of anything that moves. So watch your back. Brecheisen-Schock-Mod. Nee, wir machen jetzt erstmal hier, Eigenbau, schweres Messer. Ja, komm. Küchenmesser? Wieso Küchenmesser? Küchenmesser reparieren wir nicht. Aber hier noch keine Küchenmesser. Messer, Messer, Messer. Achso, Knülle. Was ist das da oben? Achso, das Tauchermesser und sonstiges. Machen wir die Tüte auf. Ja, guck doch mal hier. Brutales Doppelklingen-Messer. Fragt sich, was wir jetzt hier haben. 300, 400. 25, Stufe 14. Eigentlich müsste man das hier ersetzen. Das ist Stufe 23. Was haben wir hier? Stufe 24. Eigenbau-Doppelklinge. Schickes Teil. So, das müssen wir jetzt auch noch weglegen, Theo. Praktisch. Warte mal, Inventar. Können wir da... Was nehmen wir denn da? Was ist das denn hier mit dem schwachen Messer hier? Schwaches Küchenmesser. Das können wir doch bestimmt verkaufen, den ganzen Dreck da. Dann gehen wir nochmal da hin zu ihm hier. Hallo. Komm schon. Achso, du nicht? Du? Ah, du bist das Lager. Okay, gut. Dann schmeißen wir das gefährliche Tauchermesse ins Lager. Schwach. Uh, balap. Ein bisschen viel. Rohr, rostig. Jawohl. Verformte Pistole geht auch weg. Zweimal Gewehr. Stufe 25. Und Stufe... Weg ist es. Ja. Okay. Okay. Ich bin nicht sicher mit dem Mini-Ding. Können wir das nicht mit dem Auto machen? Na ja, haben wir noch erschossen. Das sind diese Figuren, die ich das letzte Mal gesehen habe und die fand ich cool. Das ist noch eine Figur. Also eigentlich müssen wir jetzt da lang. Ach, komm. Okay. Machen wir ein bisschen was zu laufen. Also, hätte ich mit dem theoretischen Auto nehmen können. Na gut, dann laufen wir halt jetzt. Ui. 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 Ich muss mich zu euch schrecken! Hey, sag mal, was ist denn mit euch falsch? Komm her! Gibt's doch gar nicht! Komm, Kopf raus! Ah, zu spät! Komm, Kopf raus! Alter Schwede! Der kriegt mich schneller, als ich ihn! Jetzt hab ich ihn! Okay, das funktioniert so definitiv nicht! Okay. Dann machen wir das mal anders. Warum leben wir eigentlich immer noch? Wir leben ja immer noch! Aua! So! Jetzt haben wir noch mal Munition! Da oben! Komm! Au! Wat? Oh! Oh! Heute können wir mal ganz auf die Friss! Fuck you! Hm, dumm ich auch! Sag mal, habt ihr irgendwas gefressen ey? Hey! Was für ein Glück habt ihr viel Zeug hier! Lappen, du Lappen! Das ist open, Sir! Wat? Soll ich was aufmachen? Was soll ich denn aufmachen? Achso! Achso! Hier! Telefon! Ja! Aber da wird's auch noch lang gehen! Guck mal da! So! Mal gucken, wie wir wieder hochkommen! Und hepp! Und hepp! Und schon ist er weg, der Kerl! Ich hätte es einfacher haben können! Muss ich mir merken! Okay! Wir können jetzt gerade auslaufen! Wir können aber auch links laufen! Was sagt eigentlich die Karte? Die Karte sagt, scheißegal! Hier ist eine Werkbank! Hier ist eine Werkbank! Das ist eine Werkbank! Was? Diesel? Diesel 37? Äh... Jopp! Harald! Herald! Ausschnitt 31 gefunden! Sehr gut! Oh! Zitronensaft! So! Wollen wir mal gucken hier! Die Doppelklinge reparieren wir nochmal! Schnick! Upgrade! Was können wir denn upgraden? Wir haben in der Hand eine Doppelklinge! Das Gewehr! 4.800! Ui! 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 Da müssen wir noch genug schlachten, ey! Damit das funktioniert! Komm, wir gehen mal da hinten lang! Ja! Hahaha! Der gleiche Weg! Profi schreit aber ganz schön, ey! Oh! Was da? Oh! Hallo! Oh! from To 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 Okay, was finden wir hier? Eine Werkbank. Cool. Einen neuen Unterschlupf haben wir gefunden. Das war aber auch alles. Ah, da oben. Da oben geht es weiter. Vertikal klingen. Mahlzeit, hau je. Och joa. Ja, sag mal. Gewöhnlich brutale Sichel. Die nehmen wir mit. Natürlich. So, was haben wir denn jetzt eigentlich in der Hand? Die ist verdammt schnell. Die lässt sich bestimmt gut schmeißen. Aber egal. Wir müssen jetzt weiter. Genau, wir müssen jetzt hier rechts rüber. Da war man nämlich noch gar nicht. Ah, komm. Das war's. Rot bedeutet eigentlich zu schwach für uns. Kann das sein? Ja, Rot bedeutet zu schwach für uns. Jetzt habe ich das gerafft. Fünf Stunden später hat er eskapiert. Scheiße, nee. Wir brauchen grüne Waffen, nicht rote Waffen. Ach, das muss ja auch erstmal gesagt werden, oder? Kannst du auch leise durchs Wasser dappen? Nachher haben wir noch irgendwelche Blutegel am Bein. Wer steht denn da oben? Was haben wir denn hier gefunden? Ach, da müssen wir sowieso lang. Ach, shit. Sollen wir mal laut Hallo rufen? Nein, das ist nicht gut, wenn wir laut Hallo rufen. Oh Gott, da brauche ich ja ewig für. Komm mal her. Komm schon. Halb voll erst. Oder halt leer. Boah. 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 Das machst du nicht! Blech! Ikelhaft! Leer! Verdammt! Da geht's auch nicht rein, ne? Nope! Okay! Und... Und hüp! Es ist mir so klar gewesen! Jaja, komm! Na? Alles fit? Wollen wir das wieder machen? Legen bleiben! So, wir müssen nach rechts und rechts rum! Da lang! Dann laufen wir! Dann lassen wir die anderen mal links von uns liegen! Hallo! Hallo! Oh, fuck! Ah, noch zwei! Wie! Ah! 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 Halt Ruhe jetzt! Stahlrute! Alles klar! Oh oh! Mal schnell rausgerannt! Was ist denn hier los? Kann man da hoch? Man kann da hoch! So lass mich erst mal da hoch! Ich möchte mir das erst mal angucken! Ja jetzt kommen sie! Jetzt geht's ab! Oh ja! Eine schwere Magnum! Gib mal her! Da lieber eine Magnum, was ist das andere Ding? Oh! Oh! Ist die Magnum doch schlechter als ich gedacht hab! Sie ist wesentlich schlechter als ich gedacht hab! Nun gut, da unten sieht es aus wie PUBG! Ja, wusste ich es doch. Zwei weniger. Die Autos kommen, fahr laut, das ist gut. Peter, komm doch nicht hoch, aber hier, komm doch hoch. Halt, bleib mal unten, ich habe was entdeckt. Ach, wie der leer. Cool, danke dir. Kraftloses Brecheisen, nö. Fall doch einfach runter. Oh, ho, 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 ho. Schraubenschlüssel und Hammer, nein, danke. So, Jungs. Klammer. Oh je. Ja, doch. Gib mal her. Oh, die ist doch besser als unsere. Also unsere ist besser, sag ich mal so. Kann ich, kann ich? Ja klar. Hör auf, bei dem Scheiß. Idiot. Idiot. Shit. Aua. Oh, lass mich schon wieder da reinheben. Ach, ach. Ein. Zwei. Oh, nee. Was passiert, wenn ich jetzt die nehme? Ist die voll? Nee, die ist auch leer. Dann brauch ich die auch gar nicht nehmen, ey. Gut, dann nehmen wir mal die andere Seite. Komm mal, komm mal auf die andere Seite. Nope. Schade, dass man das Ding hier nicht abweißen kann. Ah, ja. Da war noch einer. Guck raus. Los. Also, geht doch. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Muni wieder einstecken. Gehen wir nochmal da runter. So macht das doch Spaß. Alter, der hat mich erschreckt. Der hat mich erschreckt, aber das haben wir gut hingekriegt. Wo? Da hinten bist du. Ja. Geht schon. Gehen wir schon hin. Geh jetzt erstmal da rüber. Gehen wir schon hin. Gehen wir schon hin. ich hab natürlich auch keine granaten obwohl granaten wir jetzt wieder so scheiße ich weiß ich mich selbst ins gesicht ja jetzt sehen wir ein paar mehr hier sehr schön 60 schuss das geht facken ausschnitt 32 gefunden das oben ist da komm guck raus sag mal wie oft muss ich den treffen da sind noch zwei da ist noch eine da hinten ist nur einer wo ach komm komm schon es lauf nicht drum rum da 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 war der eine da war der andere da da ist noch einer da 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 mal mal dra da das nächste fehlt noch 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 alles klar jetzt stell dich nicht so an und spring da hoch ok Es geht nicht und auch andersrum so einzige möglichkeit ist jetzt da lang zu laufen da ist noch was da ist nix schöne gegend ja das war es aber auch dann kommen wir nicht weiter so dann würde ich sagen na wo ist er denn weg wo ist der denn mit seiner waffe abgehauen was ist hier los wo ist der mit seiner waffe der war doch eben noch da ist der so weit zurück gelaufen ziemlich staubig da hinten da ist er ja 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 einer ist noch da hinten gehen erstmal hier ja 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 so oh Schiffsjibootchen da müssen wir hin okay alles klar dann ist das schon mal geritzt Warte mal. Okay, dann nehmen wir das auch. Kaputte Waffe. Und noch einer. So, was hast du da? 900 so und so viel, 84, 17, 1,7, 1,7, 84. Alles klar, das sind alles so Waffen, die wir selbst haben. Da hinten sind nochmal zwei übrig. Komm schon, komm raus. Na also. Schwache Schraubenschlüssel, immunender Hammer. Alles klar, das brauchen wir alles nicht. Verformte kurze Schrotflinte. Ne. Sieht zwar geil aus. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir noch. Jetzt haben wir nur noch vier. Au, 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 au. Das ist nicht nett. Boah, noch nicht mal Munition dafür hat er passend da. Was bist du für ein Hannebomble? Da steht er. Ha! Stand da. Das ist der nächste. Ja. Nice. Ja, dann komm. Ach, da links steht auch noch eine. Kriege ich den irgendwie hier durch? Nee. Ja, das ist richtig. Aber wisst ihr, was euer Problem ist? Ich lass euch brennen. So, da hinten ist noch einer. Jungs. Wo kommen die denn jetzt her? Töte Afron. Mit drei Schuss. Ja. Ich hab ein. Mach die denn. Bin ich dir. Danke.